Ahoi liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir haben es diesmal richtig weit von zu Hause weggeschafft. Wir sind nämlich nur bis heute hiervon gekommen. Sind so, weiß ich nicht, 40 Kilometer ungefähr. Und warum sind wir hier? Weil wir hier eine Paddeltour machen wollen. Ihr merkt jetzt ist die Paddeltour Saison und wir wollen einfach zeigen wie gut das Fahrzeug ist. Aber so richtig los geht es, wenn wir eingekauft haben und zwar wann? Nach dem Intro. 39 Grad und es geht bestimmt noch heißer. Ja, vorhin als ich ins Auto gekommen bin, waren wir bei 48 Grad oder so ungefähr. Und jetzt machst du mal einen Schwenk nach oben. Ja, hier löst sich es wieder. Das ist halt bei den Temperaturen der definitiven Nachteil eines schwarzen Autos, weil das knallt da drauf. Und wie du ja schon sagtest, das Wetter ist so unbeständig. Aber die weißen Fahrzeuge haben das ganz genauso. Das ist auch eine Art von einem falschen Kleber gewählt. Ja, aber trotzdem im schwarzen Auto ist es natürlich noch mal geballter. Also das kann man nicht... Bisschen, ja. Wir reden hier teilweise fünf Grad. Ja. Also manchmal zwei Grad, manchmal fünf Grad. Ja, das reicht halt dann schon aus. Im Herbst und Frühjahr wunderbar. Toll. Aber jetzt hier ist deftig. Ja, deshalb werden wir heute noch gar nicht so viel machen, weil... Einfach zu strange. Und morgen, wie gesagt, wenn wir auf die Aller gehen, kann eine richtig geile Tour werden. Ohne Drohnenaufnahme, das können wir nicht machen, weil wir in die die Stadt fahren. Ja, genau. Also die nehme ich gar nicht erst mit. Das lohnt sich auch überhaupt nicht. Aber sonst geile Szenen. Und die gibt es morgen. Wir entspannen heute. Ich wollte schon immer an meiner Arbeitsstelle campen. Ja, läuft würde ich sagen. Ja. Nebenan, wie gesagt, ein Schwimmbad, Stellplatz. Blenden wir euch nachher ein. Alles Gute. Ist zweckmäßig hier, das reicht. Genau. Und wie gesagt, geht es für euch nach dem Augenklipfer weiter. Guten Morgen aus Gipfhorn. Guten Morgen. Tja, Paddel sind schon da. Hinten ist das Boot drauf auf dem Rücken. Genau. Wir haben im Internet, also du hast im Internet, weil ich war ja weg, habe ein bisschen Auszeit von meinem Mann genossen. Nein. Ich habe geguckt in der Zeit, wo wir das Wochenende hinfahren wollen. Und deswegen ist es Gipfhorn geworden, weil die haben hier tolle Paddeltouren, immer so PDFs, so ein bisschen beschrieben und so weiter. Für die Tour, die wir jetzt hier haben, glaube ich, das können wir verlinken. Ja, das ist eine ganz coole Sache, weil die haben da sich echt Mühe mitgemacht, sich dann sozusagen da so ein PDF zu machen. Jetzt gucken wir gerade, wo der Weg lang geht. Hier steht ein Auto mitten im Weg. Deswegen. Genau. Ich war gerade auch irritiert. Irgendwo war doch hier ein Weg, aber. Ja, der ist auch noch weiterhin da. Gut. Auf jeden Fall. Das wollen wir jetzt machen. Da laufen wir jetzt hin. Vom Stellplatz. Lass das. 500 Meter sein. Da ist die Einstellung. Ja, bestimmt gar nicht. Ihr habt das gerade gesehen. Und jetzt zeige ich euch genau gegenüber. Genau. Also da hinten hin, da, wo das runter geht, da müssen wir hin. Da werden wir das Kajak aufpumpen. Da muss ja nicht immer vorher alles aufpumpen. Das kann man ja auch dann da machen. Und dann werden wir da einsteigen. Schauen wir mal. Ja, und alle Szenen, die wir hier einfangen, was funktioniert, was nicht funktioniert, das zeigen wir euch jetzt und hoffen, dass ihr auch ein bisschen Spaß habt bei richtig geilen Wetter. Bis zum nächsten Mal. 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 gut. Genau. Alles fake hier bei YouTube. Wir genießen jetzt noch den Abend. Morgen dann die Rollertour. Bin ich echt gespannt, wo wir hinfahren. Ja, haben wir noch nichts rausgesucht. Müssen wir noch mal gucken. Machen wir. Das schon wieder. Jetzt muss noch einer die Kamera ausmachen. Ich habe sie angemacht. Na, dann muss ich halt in. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir können nicht viel reden, weil wir sehen die Prozentzeile. Es geht weiter runter. Gut zu schlafen haben wir, aber richtig warm ist es. Ja, also wir mussten hier auch schon dieses Sonnensegel da spannen und so weiter. Ist übrigens auch ein sehr gutes Gadget, hätte ich beinahe gesagt. Ja, also man braucht es nicht so oft, das muss man sagen, also gerade in Deutschland, aber wir in Kroatien, Spanien, da hatten wir es damals noch nicht. Spanien war man ja nicht, aber Kroatien. Also das hätten wir uns bestimmt gewünscht und auch letztes Jahr in Unterluys haben wir gesagt, alter Feiter, wir sind ja mit Decken probiert. Ne, so ist schon schöner. Klar, ihr merkt, dass es immer noch sonnig hier drin ist, aber ich habe das hinten gespannt. Ich habe gedacht, alter Feiter. Da ist die Wespe. Und schon ist sie weg. Genau. Und tschüss. Jetzt muss sie natürlich den Ausgang finden, sich kurz trocknen. Oder sie hängt sich da ran und trocknet sich. Ist auch möglich. Genau, weil sie ist jetzt ein bisschen nass geworden. Aber die lässt uns dann in Ruhe. Auf jeden Fall, wir frühstücken und dann suchen, dann machen wir uns langsam fertig. Denn heute machen wir noch eine Rollertour. Gegebenenfalls hier an der Aller oder an der Oker. Da lassen wir uns mal für überraschen. Korschucken, schauen wir mal. Genau. Aber wird schön werden. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder da in Langlingen, wo wir eine andere Reise umgesetzt haben. Weil, ja, wie du sagst, das ist Langlingen. Und wir sind hier, wenn du jetzt mal umdrehst, von da sind wir gekommen, von der Richtung, wo wir in Wienhausen unterwegs waren, sind dann rübergesetzt. Und eigentlich haben wir jetzt noch eine Überlegung, da müssen wir aber mal mit jemandem reden, ob er dafür bereit wäre, weil du könntest von Müden in die Aller einsteigen. Bis hierher, das sind so knappe 9 Kilometer. Aber das Problem ist, zurück. Genau. Weil eine Tour reicht dir aus, glaube ich. Du musst nicht eine zweite Tour machen. Das ist doch dann zum Paddeln ein bisschen viel. Finde ich persönlich. Das sind 18 Kilometer, das ist ja wirklich zu much. Dann ist der Tag auch durch, ja. Also dafür, dass die Brücke hier gesperrt ist und hier keiner rüber darf. Interessant, was hier so rüber fährt. Ja. Aber schön ist die Tour auf jeden Fall. Das Beste, was man hier machen kann bei dem Wetter, ist natürlich eine Radtour oder Scootertour. Da kriegst du nämlich richtig schön Wind. Genau. So, wir werden noch versuchen, ein paar Impressionen einzufangen und dann geht es uns zu uns eigentlich schon bald wieder zurück zum Stellplatz, den Knaller an der Aller. Das war eine schöne Tour, muss ich sagen. Also ja, auch ein bisschen an der Straße lang. Hab da am Anfang gesehen. Wir sind so einen ähnlichen Weg ja auch wieder zurückgefahren. Bis auf, dass wir nochmal den, wie hieß es, den Wasserlehrpfad. Ja, mit den Lehrpfad sind wir gefahren. Genau, das war auf jeden Fall ganz cool. Also da waren halt auch Beschilderungen, sag ich mal, was für Fische und so weiter in der Allerleben. Ja, das habt ihr ja gerade gesehen. Und ja, wie gesagt, eigentlich ist es nur von Mühden bis nach Neuhaus. Also das sind ungefähr, sagen die eigentlich, ein Kilometer, anderthalb Kilometer, da ist es an der Straße, ab da gibt es Radwege. Genau. Also es war richtig schön, das ganze Wochenende war cool. Coole Paddeltour, wir werden euch das verlinken. Es gibt ja eine ganze, eine Seite, wo man, wo man... Verschiedenste Touren und so weiter auf der Aller, auf der Oka war nämlich auch dabei. Und natürlich in Gifhorn, das ist auch auf der Aller und der Ise dann sozusagen, also doch. Ja, und ich weiß nicht, ob die Ise auch dabei ist, das weiß ich gerade gar nicht so genau. In diesem Video haben wir ein Bild eingeblendet, irgendwo mit den Zusammenschnitten. Ähm, da war auf jeden Fall die Ise-Tour. Es ist alles, es ist eine super Internetseite, die uns animiert hat, so eine Tour, also ihn animiert hat, mich dazu zu animieren, diese Tour zu machen. Genau. Und das war richtig. Wir beenden heute auf dem Sonntag, um kurz nach 12, halb eins, dieses Video schon, aus dem einfachen Grund, wir werden heute tatsächlich doch wieder nach Hause fahren. Es ist kühler zu Hause, es ist sehr, also es drückt und es soll nachher Gewitter und Regen geben. Ja, dann kannst du nicht richtig lüften und so und das ist alles behält. Da fahren wir einfach heute nach Hause, wir hatten ein schönes Wochenende, es war nach meiner langen Tour in München erholsam. Ja. Danke dir jetzt für das Haus suchen. Bitteschön, sehr gerne. Und ja, nächstes Mal geht es weiter, vielleicht wieder eine Paddeltour, woanders, wir werden es sehen und wenn nicht, irgendwas anderes wird auf jeden Fall kommen. Ich glaube, dieses Jahr wird es nicht unsere letzte Paddeltour gewesen sein. Das kann nur das Wetter. Entscheiden. Entscheiden. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon heute wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.